Die Berlinerin etwas offensiver mit einer 5 zu 1 Deckung, das heißt ein Spieler etwas vorgerückt. Sie wollen damit Wendy Künzel etwas aus dem Spiel nehmen, aber da ist Wendy Künzel schon wieder und holt den 7 Meter raus für Grün-Weiß-Schmerin. Und Künzel tritt auch an den 7 Meter Punkt. Und versenkt, entschuldigt sich, da der Wurf etwa auf Kopfhöhe war und stellt den Ausgleich her 9 zu 9. Und so war der Weg frei für die Berliner zum 10 zu 9. Nun gibt es ein wenig Kompensitäten, aber es gibt Anwurf für Grün-Weiß-Schmerin. Spielstand 10 zu 9 für den Berliner TSC. Und nun gibt es 7 Meter für Grün-Weiß-Schmerin und 2 Minuten Strafe gegen Lohm auf Seiten der Berlinerinnen. Und Künzel tritt jetzt wieder an die 7 Meter Linie gegen Lutkus. Und auch diesmal verwandelt sie sich ja zum Ausgleich 10 zu 10. Klasse gehalten. Und von Wulff da der Tempo gegen Stoßkirchner, drin Lasting. 11 zu 10 die erste Führung für Grün-Weiß-Schmerin. 13 zu 10 die erste Führung für Grün-Weiß-Schmerin. Musik Zeitspiel angezeigt, die Berlinerinnen müssen jetzt abschließen, der Ball kommt an den Kreis, der Ball ist drin, Theresia Loll mit dem Ausgleich 11 zu 11. Musik Und schön außen eingespielt, Badlau mit der erneuten Führung für Grünwald Schwerin, 12 zu 11. Musik Mann jawohl, erneut, Jeff, sie einen Ball von Vivian Schwarz und nun die Chance auf zwei Tore wegzuziehen für Grünwald Schwerin. Nun war der Abspielfehler und der Tempo gegen den Stoß der Berliner Rennen und jetzt ist es erneut Vivian Schwarz und sie versenkt zum 12 zu 12. Musik Und nach dem Wurf bleibt Weng da liegen, es wird erstmal der Konter laufen gelassen, jetzt abgebrochen von den Schiedsrichtern. Musik Joda beißt auf die Zähne, es geht weiter für sie, im Spiel direkt in der Abwehr. Musik Und gleich erfolgreich, Madeleine Hänsel wirft neben das Tor und Angriff Grünwald Schwerin. Und da ist Joda Weng wieder gleich vorne mit bei. Musik Und es gibt gelbe Karte gegen Fischer. Musik Marie Kieschner hat sich jetzt schön durchgesetzt, scheitert aber an Ludkus und jetzt der Schnellangriffsversuch, wie wir in Spahrs nach außen durchgespielt. Musik Und technischer Fehler auf Seiten der Berlinerinnen. Tempo gegen Stoß eingeleitet von Künzel auf Badlau. Es sind aber zwei Berlinerinnen da und sehr schnell Angriff unterbunden. Und nun der ruhige Aufbau für Grünweiß Schwerin. Musik 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 Kann die Berlinerin zum 13. Fürs 2-Helf einwerfen. Und nun gibt es zwei Minuten Strafe gegen Joda Weng. Musik So, Badlau lässt den Ball da durch die Hand rutschen. Musik 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 Schönes Reißanspiel. Aufdrehsicher Leute. Und die 2-Tore-Führung für den Berliner TSC. 14 zu 12. Musik 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 Nun, gerade in Überzahl. Die Berliner wieder mit der 5-1 Deckung. Besuchen werden die Künzel aus dem Spiel zu will. Maria Kieschner scheitert erneut von der Außenseite. Musik 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 Musik